man kann aus dem Energiekonvenzer Sachen rausnehmen ne aber dass der Energiekonvenzer sich was aus einer Kiste nimmt geht doch echt ich hab den mal bei der Kiste verbunden ja nicht direkt ja wie dann ich bin so froh mit Tutorials anzuschauen ganz einfach nur nimmst ein Pipe und so ein Engine und dann machst du da noch ein Pipe dran und dann wird es da reingetan jetzt hab ich mich wieder total verständlich ausgedrückt ich werde jetzt hier mal ein paar Bäume wegtun um Platz zu schaffen oder kann ich wieder Holz holen weil ich Holz bin warum bin ich mal out auf allem was ich brauch ich hol grad Holz alles was ich brauche ist in dem Fall ein Bohr wenn du Holz brauchst dann komm bitte hierher ja bei mir weil hier stören die Bäume grad bei mir wachs grad rum jetzt geht es wieder äh AX ich glaub ich hab mich jetzt gefühlt das liegt vielleicht doch gar nicht hast du euch ein Textchapec drin momentan ne vielleicht liegt es am Textchapec und nicht ich wollte mir eigentlich eins machen Minecraft ich wollte mir eins machen aber das Problem ist bei Gamefilm ich will mir halt die Bildverhaltung der Pinselgröße einmal ein Pixel sonst würde ich mir schon ich so es es beginnt mit äh was weiß ich muss ich jetzt noch schon aber der kann einmal ein Pinselgröße einmal ein Pixel klar das ist ganz einfach du wählst Stift aus und dann tust du das nach ganz äh nach ganz links äh ich weiß wie das geht bei mir ist das aber einfach nicht da ich sehe dich da bist du einfach nur zu blöd wirklich wollen müssen weg äh so alle ne so ist auch immer nicht da ich hell äh wirklich ja wähle ich mal hin einfach nein wähle ich mal hin und nimm nichts in die Hand und noch ein bisschen weiter nach oben warte warte ich muss mich hier hinstellen ne ne was denn äh ich trau dir nicht ich brauch ich hab wertvolles Zeug dabei zum Beispiel mit jeder Mann nein ich werd dich nicht umbringen ich brauch nur ein Thumbnail-Bild grün äh 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 wie macht man nochmal Screenshots F2 glaub ich F2 ja F2 ja F2 ja F2 ich schütze erstmal vergessen die Aufnahme zu drücken verdammt Bist du scheiße Bist du scheiße und dann anzuschalten der Typ ist dämlich der Typ ist dämlich er ist einfach nur dämlich so äh ok was für Generatoren gibt es denn äh äh Biothermal die anderen heißen alle anders ja du kennst den Spruch wenn dämlich mit H schreibt ist dämlich also darum ging es dir ähm ich könnte ein Wasser Dings machen aber das ist ziemlich uneffektiv aber für den Anfang wird es eventuell reichen ich schau erstmal was man für einen Atom Reaktor braucht darf ich den hochjagen äh später vielleicht ok man braucht du weißt du was mit der Kiste mit den Diamanten ne ich werde dafür wir gehen in die Hölle genau ich weiß was ich tun werde ich werde versuchen in die Hölle zu gehen damit wir uns ein Chat Pack bauen können guter Plan nächster Plan klar weißt du weil mir ein Chat Pack bei meinem Internet hilft oder ich ich würde ich würde sogar im Kreativ Modus drauf gehen ja das geht sogar das habe ich schon gemacht ich weiß was ich ganz untergräbt und ausfällig weißt ich überlegt habe mein Haus explosiv zu erweitern den 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 Bauern der Tee müssen aber weil ich wieder vergessen was ich machen wollte ja genau Höllentor dazu brauche ich Obsidian man kann Jux nicht bauen so ein Scheiß äh das andere das ist Obsidian und mein Feuerzeug hast du Feuerzeug ich will mir kein bauen und ich habe sogar Wind oh oh Feuerzeug und ich das kann nicht gut arbeiten ach komm das ergibt doch keinen Sinn das ist das ist das ist das ist ich sollte vielleicht nicht unbedingt mit dem Feuerzeug die Kisten aufmachen oder oh ich habe jetzt einen Stack Obsidian das reicht erstmal äh alter denkst du ich sollte meine Pläne auf dem die Träume auf dem Energy Condenser aufgeben und stattdessen auf dem ähm das Ding warte äh in der Tat Nova Cataclyst bauen weiß ich nicht was es sein soll nehm mal an äh gibts mal ein Nova Cataclyst Nova das ist ein großes Bonbon nicht so groß wie TNT äh und für was brauchst du das? nicht so groß wie New Carver dir ist schon klar dass du dafür weiß nicht irgendwas in die Luft ja Clostdown brauchst ich glaub Höllenportal würde besser zum Vulkan plausen oder? äh passen äh passen äh passen alter was geht mir mit deinem Hirn eigentlich gar nicht davon reichlich ja das ist klar aber äh 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 du kommst hier nicht hin 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 äh äh ach ja ich wollte ja auch noch mit einem Monsterfalle bauen die dann in den Dings da bei uns ne und so nein das Glas ist immer noch Bucky 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 äh äh in den Vulkan rein oder da oben auf dieses komische Glasding ja in den Rhein oder? in den Rhein warte ich hab grad nen Keller angefangen den kannst du erweitern voll unauffälliger Eingang da war mal unauffälliger Eingang ja losen Keller erfangen also ne Treppe ich hab TNT warum hast du lauter nicht geschmoltene Erze? weil ich warte bis ich genau 8 davon hab sonst ist Kohlenverschwendung äh du hast aber 18 Eisen und 9 Gold ja bestimmt da reicht's eigentlich wenn ich eins übrig lass wo soll ich's hinbauen? ich versuch das so hinzubringen dass das wo hast du dein Keller da unten nehm ich an oder? äh ja Treppe nach unten bedeutet meistens Keller weiß gib mir mal das TNT gleich ich kann kontrollierte 3x3 Löcher sprengen toll das ist ein ich werd nichts dazu sagen ich werd nichts dazu sagen das ist wirklich nur ein Block das ist wirklich nur ein Block TNT klar ich hab nur ich hab ja nur 7 obwohl ich weiß gar nicht ob das bei Sandstone genauso reagiert ich werd das einfach mal weg machen Jürger Cabo Ne war Sandstone funktioniert das nicht so Cabo das Kohle so und hier kommt jetzt das Hellenvortal hin oder das Eisen Alter diese Prozent macht das erst mal so dass das gut aussieht ich weiß nicht mehr wo ich bin ich weiß nicht mehr wo der Eingang ist, da warum ist er ich bin mir nicht auf den Kopf ich glaub dir mal ein bisschen von deinem komischen Cobblestone, oder? das ist aus Cobblestone schon, oder? was? das da? das ist aus Bricks oh, wie macht man die? mach's aus dem Cobblestone schmelzen, also wie normale Bricks schau grad mal ob es Stufen gibt nein, ich glaub nicht ähm das gibt kein es gibt's auch nicht ich kann's mal probieren aber es gibt keine, definitiv nicht also soll ich's einfach aus dem Cobblestone machen? ja, ich mach's dann später irgendwann mal schöner wenn ich Lust drauf hab also niemand, das wird immer so bleiben mit anderen Worten ich hab sinnloserweise einen Tank gebaut, ich weiß nicht wofür, aber ich hab jetzt einen Tank oder Tank es ist rot, es ist fleckig es sieht so aus ja, die kann man gebrauchen, falls ich ne Geothermalgenerator bau halt es ist fleckig Aua Buggi-Internet entweder du hast ihn grad oder ist irgendwo hingefallen, wo ich nicht bin ne, er ist grad weg Scheiß-Internet der ist weg hab dich ganze glas gekostet was denn der Tank, der ist hier da hab ich hochgesammelt ja du du hast ja grad ne Fackel verschwendet so da und drin ist ne Fackel ja und, dann spawnen da keine Monster da ist nicht bloß ein weil das so fair ausmacht, der ist so ne Fackel, Alter ja, dann haben die keinen Bock drauf sag die, äh, nicht, äh, lass mal warte, kann man das kraten, ne kann ich das kraten, ne kraten, ne große Brauchmeister diese, äh, 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 geh hin doch, ne ne, äh, äh, äh äh, äh äh, äh es kommt jetzt einfach hier so mitten rein, das Portal warte, ich hab schon vergessen, wie man das baut muss das zwei breit sein oder drei ich bin nämlich grad verwirrt zwei breit, drei hoch gut, dann passt das funktioniere was ein geiler Name was der Name klingt wieder geil der Name ich schreib's gleich im Chat, sobald ich's mir auf nein äh, ich kann mir den Namen lieben Leben merken, aber das klingt echt geil nein dampf dampf das koppelt's doch äh so äh 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 noch nicht noch Zeug sein äh ja, den hab ich schon mal gesehen äh 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 Dann gehen wir mal. Erst schauen ob ich hier tolle Sachen dabei hab. Nee, nur ein Stack Obsidian. Ich hab schon in der Zwischenzeit mal...